Einzelne, wir kommen heute mal zu einer Rundlösweifelgames auf dem Mac Auf dem Mac, Jörgfurt, Entschuldigung für den Versprecher Mit dabei ist von Zwiebeldorf Heyo Jetzt gleich beginnt er schon hier unten, ich würde sagen, wir fangen Ah Genau Du verlinkst mich doch immer in der Beschreibung Garanty bitte Da bist du Ich habe einen Stock Ich bin in dem Platz, nicht so Ich bin in dem Platz Lass uns zu, völlig Ja ja Scheiße, da Nein, nein, nein Warte, wir müssen Das war es hier Ich habe einen Stock Ich habe einen Stock Ich habe einen Stock Das war super, wirst du, ich bin in dem Haus da Ich habe einen Stock Ich habe einen Stock Ich bin in dem Platz Ich bin in dem Platz Warte, ich habe die Kilo schon geöffnet, extra gesehen, ich bin das nicht endlich Wo bist du? Ich bin in dem Platz Ich bin in dem Platz Leonard ist Straßenpink Wer war das? 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 Nee, später hab ich nicht Da kommt einer! Ich lass mich einfach mal Ich bin nicht jung Ich habe es gemerkt Okay, ich würde mal sagen Es gibt gleich noch eine Runde Wenn ihr es schafft Dieses Video zu schweigen So dass wir 3 und Und Ich würde sagen Kommen wir zurück 2 und Jetzt auf der Auf der Ende Wieder keiner mehr Ein Video 4 und 4 und 4 und 3 und 1 und Ach junge Alter Ich hab Also das jetz in der Jester Alter, ich feiere das IIC Ça Takem Das habe ich erst entdeckt Aber ich finde es ja schlimm Ich feiere, das sowas von Ich hab auch ein Pop-Up, ne? Das ist eigentlich gut ein Pop-Up hier, weil das ist gut, ne? So... Ja, eher ganz manchmal. Naja, weil es so schlecht ist auszupressen. Hier oben sind einfach mal drei Drohnen. Ich muss hier schon die ganze Zeit weglaufen, weil mich einer verfolgt. Er hat einfach mal keine Waffe, aber dafür schon Eisenbrustpanzer und fast komplett Rüstung. Geh mal da raus, vielleicht findest du mich. Ich bin schon dran! Ich bin schon dran! Helf mir! Helf mir! Stimme! Alter, ich glaub, dass du mit dir reaktest oder so, weil... Es sieht auch so aus, irgendwie. Scheiße, Mann, ich hab... Ich hab ihm richtig viel gegeben, ne? Ich bin... Da war einfach mal einer mit nem Bug, ey. Das war klar... Und ich würd' sagen, ich spekt... Hey, hier nochmal kurz den, äh, Zwiebelwart. Alter, ist der dumm, Alter. Der bleibt ja nochmal gerade stehen. Ich glaub, dass du geklaut hast, was du auch nennst, eigentlich. Okay, hier in der Lava-Fold, da ist nicht auch nicht cool. Dann ist auch meine Ruhe. Da läuft! Okay, das heißt, was ist dumm. Damit er mich schön in den Lava-Fold zu tun kann. Okay, ich würd' auch sagen, hier geht es gleich weiter mit der nächsten Ruhe. Hier jetzt am Start zur Dritten. Ja. Wie in der ersten Ruhe. Wie in der ersten Ruhe. Ja. Ich hoffe, dass das gut ist. Also, er hat mir jetzt alles... Er hat mir jetzt alles auf die Ruhe gezogen, ey. Das war so. Ja. Das ist so. Das ist auch so. Am Anfang, ich hab einfach... Ich hab einfach noch mal Karte... Ich hab einfach... Keine Kiste, also. Am Anfang, ich hab gar nicht... Du, sieh, 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 sieh... Ich bin gerade bei Vorder. Da ist einfach mal ein roter Ölkurm, oder was das ist? Das sieht richtig nice aus. Wo warum so richtig Kalm rauskommt, Junge? Ich seh dich nicht, Scheiße. Weiß ich auch nicht, aber ich bin jetzt auch draußen. Ich bin gerade bei so einem Rönturm, glaube ich. Ja, ja, ja. Da bin ich gerade auch schon im Laster, oder was ich sagen soll. Ja. Scheiße, ich muss hier direkt auf mir, wenn da ich so nachholen bin. Alter, die Backel-Igel ist hier drin. Hilfe. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. 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 Ich hab auch sehr wenig Zeug. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich wieder überlebe jetzt. Oder was heißt wieder? Ich bin jetzt in den letzten Zeug. Okay, jetzt hab ich querstrich fix gemacht. Ja. Gestorben. Okay. Endlich ein Schwert. Ja. Wenn du irgendwo drin wachst, machst du einfach querstrich fix und dann F.I.X. Und dann was du raus. Was du, also ich sag mal so den Bug entzogen. Okay. Muss ich mir noch mehr. Und ich find hier gerade keine Kiste. Was ist da los? Ich hab Eisenschuhe, aber mehr auch nicht. Ich hab nur Lederhose, Lederhansch und Kettenschuhe. Okay. Ich hab nochmal am Anfang, schau alle Drohnen durch. Hinter mir ist einer, Alter. Okay, warum bin ich da? Ich hab mal was gebeten. Ja, das. Ja, das. Ja, da relativ gut ist das. Außer... Das ist ein Zweier-Team, oder? Schreibt nochmal in die Kommentare, falls es auch irgendwas besser gibt. An meinen Kanal, falls euch etwas einfällt. Auf jeden Fall nochmal. Danke an Wallikubi für den Punktaner. Also... Ich finde den schon relativ mal als Wegwerd. Auf jeden Fall. Ja, sie gehen auf dem anderen drauf. Bei großen Nacht ist gerade auch noch ein Banner. Ich habe jetzt schon geblieben, aber ihr müsst unbedingt mal bei bei großen vorbeischauen. Ich habe viel Spaß. Das ist ein Faker. Das ist ein Faker. Der macht hier kein Intro. Das ist ein Faker. Das ist ein Faker. Ja, das hast du gerade erst mitbekommen. Ja, das hat bei Kobi auch am Anfang weitergegeben. Alter, was denn? Ich habe nichts auf Windows gar nicht bringt, ne? Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich fand Audio jetzt eigentlich noch... Ja, 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 den schaffe ich. Ich bin gerade in so einer Industriegebäude drin. Okay, das geht jetzt gerade auch hin. Ich muss mir helfen, Mann. Hier kann ich mir nicht geben. Ich habe noch zwei Herzen. Das ist so gut. Das sind zwei Herzen. Ich laufe gerade an den Tiefen. Ich gehe gerade zu viert, aber ich bin jede Menge Herzen. Ist so in den Haus, sagt er nicht. Er wollte mich gerade von der Seite nehmen und ich bin gestorben, Alter. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt kurz... Die Warnung habe ich mal bei den Gebäuden. Ich bin vorbeigelaufen. Ich bin hier, Junge. Ich bin gleich hier. Genau da bin ich vorbeigelaufen. Ja. Anna, schaut euch noch mal bei mir vorbei, wenn ihr es nicht mehr fühlt. ja natürlich natürlich ich hab auch ich renne gerade mein erstes Video mit Stürmer das ist eigentlich auch schon 50% dauert noch ein bisschen ja ich werde natürlich noch die Runde weiterspielen bis ich sterbe ja seht ihr ja alle meine Zuschauer, falls ich welche habe ja alles klar du hast auch 120 Aufrufe hab ich jetzt gesehen wo denn? ich hab 152 naaa das werde ich natürlich nicht ausschneiden da ist alles optimal hier drin im Video da ist einer, ich bring kurz Kati da ist einer ich komm ja nicht bei den äh genauso wie einer heißt bin ich zu fett zum Hexen achso denk ich mir aber manchmal auch vielleicht bin ich ja einfach nur zu schlecht was natürlich auch beides möglich sein kann wir hätten natürlich nicht so sehr klar wir sind ja schlecht ich bin gut naaa auch wenn ich schon gestorben bin aber ich bin gut zugeißen ich bin auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall weißt du, wie scheiße ist wenn 3er Team auf sich drauf geht jünger, dass ich hier am Spinnen nicht mehr geht vor allem, ich hatte noch nicht mein Haar mit meiner Goldhahn ist aber das klingt jetzt auch nicht so viel hier läuft einfach mal die ganze Zeit in mir hier läuft einfach mal die ganze Zeit in mir wir sind in den Claren Tuche das läuft auf jeden Fall da ist die Verhandlung ich mach dich mal zum Motorradort fix 3,2 Motorradort geil 6 Spieler und ich komm da einfach mal nicht aus dem Gelände raus keine Ahnung ich werd jetzt nur noch Videos mit der Stimme machen weil jetzt mit der Musik im Hintergrund eigentlich ist das scheiße mein Spiel hört sich ja manchmal so groß an und jetzt wahrscheinlich auch ein Video äh ja naja komisch hat sich das eigentlich nicht an glaube ich noch so kratzig naja die haben mich gefehlt die haben mich gefehlt die haben mich gefehlt die haben mich gefehlt das hast du die Leute und ich ließ die du die haben mich gefehlt das waren nur 3 bei mir ich weiß nicht wie der eine der jetzt kaum ist das hat heute das ist ein Hits das ist ein Hits das ist ein Hits jetzt weiß ich zweitartiges sowas und gut ja das ist ein Hits 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 das ist ein Hits